Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 14.02.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 784 und es ist heute dieser Valentinstag. Also all die frisch verliebten und noch immer ganz kuschlig zusammen gewesen sein dürfenden, wie auch immer. Denkt daran, Blumen und sowas könnte helfen, muss aber auch nicht sein. Meiner einer oder meine Frau weiss das, glaube ich. Hoffe ich doch. Heute habe ich Themen. DAW in Excel, Shazam, Mixer, Standortbestimmung, Blackberry und Strava. Ich beginne mit einer DAW in Excel und das ist eigentlich nur ein Link, den ihr in den Shownotes auf daily.tiktok.com, podcatcher eures geringsten Misstrauens und natürlich auch im Web anklicken könnt. Da hat einer eine DAW in Excel gebaut. Unglaublich faszinierend, cool und ja, muss man gesehen haben, finde ich. Deshalb reinklicken und Freude daran haben. Weiter geht es mit Shazam. Die haben heute ein Update rausgehauen in der Version 13.10, wo man in der App drin nach Musik suchen kann, weil manchmal hat man die Musik nicht da, die man aufzeichnen kann und Shazam dann rausfinden lassen kann, was das ist, sondern man hat vielleicht den Titel oder ein paar Wörter davon im Kopf und das kann man jetzt eintippen und die App sucht dann in seinem grossen Fundus danach und gibt euch das mögliche Ergebnis raus. Finde ich praktisch toll, sollte man tun. Jetzt geht es wieder mal rund, oder eben nicht ganz so rund. Mixer, der, wie wird das so schön betitelt, Twitch-Konkurrent aus dem Hause Microsoft, hat anscheinend trotz teurem Einkauf von Stars, die damals auf Twitch gestreamt haben, sich zu einem teuren Flop entwickelt. Zumindest wenn man aktuellen Zahlen glauben mag, die Rate oder die Anzahl Prozent, die für Weildau gewachsen ist, ist nicht so hoch, wie es hätte sein sollen. Auch bei Twitch übrigens nicht. Zumindest wenn man es im Vergleich setzt zu Facebook Gaming, da ist es nämlich um 340% gestiegen. Bei Twitch glaube ich 25, wenn ich das richtig im Kopf habe, um nur 5% eben bei benannten Mixer. Und das ist halt zu wenig, zumindest wenn es um die Börse geht. Die Frage ist natürlich, wie klein war vor Facebook Gaming und so weiter, um das direkt in Relation zu setzen. Dann habe ich Neuigkeiten, die durch eine Patentmeldung aufgetaucht sind. Und anscheinend will Apple Standortbestimmung machen im smarten Zuhause und das über die Steckdosen, über intelligente Steckdosen, die man im Haus verteilen kann. Die sollen dann schauen, ob man zu Hause ist und vor allem, wo man zu Hause ist und dann dementsprechend halt Dinge einschalten, wenn man in die Küche kommt, die Kaffeemaschine, wenn man ins Schlafzimmer kommt, das Licht und so weiter. Lüfter und sofort Lüfter und all das mögliche Musik, was man halt alles so tun kann in seinem smarten Zuhause. BlackBerry, dachte ich, hatten wir schon vor Jahren begraben, aber anscheinend ist es wieder mal nicht so. Die BlackBerry-Phones wurden ja ausgegliedert, also die Produktion dieser, der TCL Communication in Richtung Asien und das soll jetzt auch zu Ende sein. Per Ende August diesen Jahres soll auch TCL keine Mobiltelefone mehr der Marke BlackBerry herstellen und verkaufen. Zu guter Leid gibt es ein schönes Update für alle Sportler unter euch, die Strava nutzen. Die hat nämlich jetzt nicht nur Apple Health Zugriff, wo sie die Daten ausliest und euch weiter in die App integriert, sondern neu bekommt sie in der Version 137.0.0 Zugriff auf Apple Health Kit. Und das heisst, sie kann auch Workouts, die die Apple Watch zum Beispiel aufzeichnet, mit in die App übertragen. Das war etwas, was man bis jetzt über Dritt-App tun musste und ist eine deutliche Erleichterung und halt einen Schritt weniger. Und für all die Sportler da draussen sicherlich etwas, was man gerne hat, sofern man als Sportler dann eine Apple Watch hat und nicht was Größeres, logischerweise. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten. Ich wünsche euch, wenn ihr es feiert, einen schönen Valentinstag. Ansonsten ein bald schönes Wochenende, wenn ihr arbeitet. Schönes Arbeiten am Wochenende natürlich. Und ja, wie immer, viel Erfolg. Startet gut in den Tag. Euer Pogipsi. Ab nächste Woche ist dann der Achim wieder für euch da. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.